Herzlich willkommen zum diesjährigen Banking Check Award. Bereits zum zweiten Mal wird der Banking Check Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4000 Bewertungen abgegeben und ihrer Bank zu einem der Banking Check Awards verholfen. Ich glaube eine große Innovation ist sicherlich über alle Kanäle erreichbar zu sein. Wir kommen noch einmal zum Bereich Kreditkarte. Und in dem Bereich möchten wir nochmal die Mercedes-Benz Bank nach vorne bitten. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Vielleicht sage ich noch ein paar Worte dazu. Also die neu geschaffene Kreditkarte Gold hat hier den ersten Platz nochmal geholt. 5,3 von 6 Punkten. Eine Weiterempfehlungsrate auch hier mit hervorragenden 94%. Und vielleicht mal eine Kundenstimme, die man hier nennen kann, die zum Beispiel sagt, Top-Service, exzellentes Bankinstitut mit fantastischem Renommee kann man bestens weiterempfehlen. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking Check Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014. Wir sehen uns auf den nächsten Mal. Wir sehen uns auf den nächsten Mal.